Da sind sie wieder gewesen, die Halbstarken. So hat man auch bei Regenstauf in der Oberpfalz zu wenig gesagt, die die neumodischen Jeans in der Lederjacken angehabt und dazu einen Mordsrad aufgemacht hat. Die meisten Mopeds sind ja auch aufrisiert, also schneller gemacht worden. Die Maschine, das ist die große Freiheit gewesen, mit der man immerhin schneller zum Dorf herum ist.